Da hoch geht's nicht. Halt, hier ist eine Schriftsäule. Ich bin Ursigor, der Verdammte. Dies ist die Festung, die nach meinem Befehl erbaut wurde. Doch nun wurde sie zu meinem Grab. So werde ich mit dem Titan ruhen bis zum Ende aller Tage. Ursigor ist irgendwo in diesem Tempel begraben. Mhm. Haben wir auch noch nicht rausgefunden. Ja, weil man immer so blind durch die... Ach, hier haben wir einen Altar. Haben wir denn eine goldene Büste? Nein, wir haben keine. Oder? Obsidian, wir haben keine Büste oder sowas. Die wir hier draufstellen können. Alte Münze. Pokal vielleicht? Nee. Halt, ich guck mal in die anderen Echsenhäuser. Da war ich ja auch noch nicht drin. Vielleicht findet sich die alte Büste hier. Hier drin zum Beispiel. Nee, hier ist schon mal gar nix. Und steht vielleicht hier irgendwas drin? Noch eine Steinplatte. Okay. Echsenschwert. Nee. Aber halt, hier geht's ja auch noch lang. Da waren wir auch noch nicht. Hier ist noch eine Schriftsäule. Ich bin Ursegor, Herr der Titanen, Befehler der Echsen. Zu der Zeit, als die Götter kamen, sprach der Dunkelste von ihnen zu mir. Und ich hörte seine Worte und folgte ihm. Der dunkle Gott. Hm. Hm. Hier drin waren wir ja auch noch nicht. Verdammt. Wie konnte mir nur so viel entgehen? Ich hab echt... Ich war echt Kreide holen in dem Moment, glaube ich. Ja klar muss es hier weitergehen. Warum sonst sollte ich auch durch die ganze Insel erst müssen, um hier eine... Um hier irgendwas zu öffnen. Denn das wäre ja vollkommen... Äh. Fred hat satt gehabt anscheinend. Dem ist das auch zu blöd. Der macht Feierabend. Der geht schlafen. Hat seinen Schädel oben liegen gelassen. Schnell noch mitgenommen. Eingepackt. Was haben wir denn hier noch? Nee. Nee, jetzt bin ich... Jetzt bin ich wieder überfragt. Wir müssen auf jeden Fall etwas auf die... Auf den, äh... Auf den Dings stellen. Auf den Altar. Du musst weiter. Ja, hier sind doch Echsen. Wir müssen auf jeden Fall hier was draufstellen. Aber wir haben keine Büste. Man hört die Echsen schon. Kleiner Smaragd, Smaragd, Goldbrocken. Ja, vielleicht geht das ja. Nee. Scheiße. Obsidian. Kann man das mit Obsidian machen? Nee, geht auch nicht. Hm. Scheiße. Wir haben keine Büste. Wo kriege ich denn die her? Normalerweise wäre es logisch gewesen, wenn die der Echsenpriester gehabt hätte. Oder irgendwo hier zu finden gewesen wäre. Aber hier ist ja nichts. Hier gibt es ja nichts in die Richtung goldene Büste. Hm. Ja, äh... Gut. An dieser Stelle wäre ich jetzt wirklich Pause machen. Weil vielleicht kommt einem da noch Idee oder so. Aber jetzt bin ich hier einfach zu blöd, um weiterzufinden. Moment, wir haben hier noch eine Schriftsäule. Ich hoffe, du hast einen Weg gefunden, die Zugbrücke zu öffnen. Nein, aber ich habe eine Karte aller Höhlen. Lass mal sehen. Ach, na toll. Das Tor kann man nur von innen öffnen. Wir müssen uns durch die Wand hacken. Hier hast du die Karte wieder. Komm mit. Loll. Wollen die mich verarschen oder was? Ich suche mir hier einen Arsch ab. Nach irgendeiner Winde. Und dann muss ich bloß nochmal mit dem sprechen und sagen, ich habe keinen Weg gefunden. Nee, oder? Ach. Mann. Kann man sich auch wirklich dusselig suchen? Ich hätte jetzt noch angefangen, beim nächsten Mal wahrscheinlich die komplette Insel abzusuchen. Ja, und jetzt? Hier ist es. Durch diese Wand müssen wir durch. Das sieht nach einer Menge Arbeit aus. Vince wird sich darum kümmern. Geh zu ihm. Er soll die Wand hier einschlagen. Für dich habe ich eine andere Aufgabe. Was hast du mit mir vor? Was hast du mit mir vor? Geh und sag Vince, er soll diese Wand einreißen. Wir beide kümmern uns um die weiteren Geheimnisse dieser Festung. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Ich sag mal Vince kurz Bescheid, der soll die Wand einhacken. Aber ich bin mal gespannt, was der mit weiteren Geheimnissen meint, weil ich habe ja bereits hier schon alles alleine abgesucht und abgegrast. Du sollst zum Inquisitor kommen. Zu Befehl. Nimm deine Spitzhacke mit. Was ist los? Wir müssen eine Wand einschlagen, um in die Krypta zu kommen. Beeil dich. Der Inquisitor wartet auf dich. Ich mache mich direkt auf den Weg. Am Ende wird er jetzt die Aufgabe geben, irgendwelche Grotten zu erkunden. Das habe ich schon alles alleine gemacht. Dann hätten wir die Aufgaben gleich abgeschlossen. Das wäre cool, wenn das jetzt so wäre. Dann hätte sich die Mühe wenigstens gelohnt, die wir uns gemacht haben. Vince wird sich um die Wand kümmern. Gut. Was für eine Aufgabe. Was für eine Aufgabe hast du für mich? Komm mit. Ich zeige es dir. Ja, dann zeig mir mal. Hier gibt es im Prinzip nichts mehr, was du mir zeigen kannst. Ich kenne ja alles in- und auswendig. Ah, ich nehme an mit der goldenen Büste. Hier. Siehst du diese Tür? Willst du die etwa auch einschlagen? Nein, aber ich habe hier diese Büste gefunden. Ich vermute, dass sie uns helfen wird, die Tür zu öffnen. Stell sie auf den Altar und mach dich bereit. Ja, daher kriegen wir also die Büste. Gib her den Mist. Jetzt haben wir endlich das passende Stück hier. Das letzte Puzzlestück, was uns gefehlt hat. Da haben wir sie. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Mendoza, schaffst du das alleine? Hoffentlich verreckt der nicht. Halt, äh. So. Den da hinten noch. Den einen. Moment, den haben wir auch gleich. Boah. Den Meister, der Echsenpriester. Oh, schon wieder nix. Mendoza hält aber viel aus, verdammte Scheiße. Er hat sich gerade mit einem ganzen Arsch voll Viecher angelegt. So. Oh. Oh. Wusste ich es doch. Was? Hier gibt es noch mehr Wissen über diese Anlage. Bevor wir in die Krypta vorstoßen, müssen wir so viel wie möglich in Erfahrung bringen. Ja. Was steht denn hier drauf? Ich bin Ursegor, Herrscher über die Titanen, und dies ist mein Befehl. Niemand soll die Macht haben, die Titanen zu unterwerfen. Meine Diener sollen seine... Nein, das heißt meine, oder? Ach Mist, die letzten Sätze sind unleserlich. Hier komme ich nicht weiter. Hast du alles gelesen? Ja, aber ich konnte nicht alles erziffern. Dann müssen wir wohl in die Krypta, um herauszufinden, was da steht. Lass uns zu Vince gehen. So, ich bin ja mal froh, dass es hier weitergeht. Vernünftig. Und nicht, dass wir die ganze Insel absuchen müssen. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. So, was haben wir denn hier noch alles? Brauchen wir alles gar nicht so viel, was es hier gibt. So, und Vince hat bestimmt den Durchbruch schon geschafft. Ja, Vince, das sieht schon mal gut aus. Ja. Wie sieht's aus? Hoffnungslos. Mehr als dieses kleine Loch ist nicht drin. Die Wand ist einfach zu massiv. Was wird da wohl Mendoza sagen? Jetzt gibt's Anschiss. Achtung, jetzt kommt der Chef. So, Mendoza. Was jetzt? Was sollen wir machen? Du wirst gehen. Du musst durch dieses Loch und uns die Zugbrücke öffnen. Ich werde die Leute vor dem Tor versammeln. Ach ja, klar, als Nautilus. Warum ist mir das nicht selbst eingefallen? Ah ja, klar, als Nautilus ist es nicht schön. Jetzt